Hi und herzlich willkommen zu Yoga mit Amber. Ich bin Amber und herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Anfängerreihe und zwar die Meditation für Anfänger. Keine Panik auf der Titanic, sie ist nur 5 Minuten lang. Wir werden nur ganz easy peasy unsere Augen schließen und auf unseren Atem achten. Und das ist schon meditieren, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Los geht's. So, wir kommen in einen für dich bequemen Sitz. Du kannst dich hier auch auf ein Kissen setzen oder auf einen Stuhl, so dass es für dich am allerangenehmsten ist und du nicht drüber nachdenken musst in den nächsten 5 Minuten. Und jetzt kannst du dir hier nochmal ein bisschen die Chance geben, dich auszuknacksen, dich nochmal zu stretchen, vielleicht ein paar Kreise mit deiner Schulter, dein Gesicht ganz groß machen, ganz klein machen. Wenn dir das Bedürfnis nach einer Bewegung steht, dann ist jetzt der Moment. Deinen Nacken nochmal lockern, solange bis du dich gut fühlst und langsam zur Ruhe kommen kannst, dass deine Hände auf deinen Knien oder in deinem Schoß ruhen. Die Hand in den Flächen können nach oben zeigen. Nehme hier ein paar tiefe Atemzüge. Ein durch die Nase. Aus durch den Mund. Ein durch die Nase. Und schließe jetzt beim Ausatmen sanft deine Augen. Und alle Geräusche um dich herum wahr. Die Temperatur. Spürst du Wind? Oder ist es ganz still, da wo du bist? Und jetzt wandere langsam in deinen Körper. Nimm dort alles wahr. Wenn du magst, kannst du hier vom Scheitel bis zu deinen Zehen durch deinen Körper durchscannen. Überall da, wo deine Wahrnehmung hingeht, diesen Teil entspannen und lockern. Spann deine Augenbrauen. Schultern. Arme und Hände. Brust, dein Rücken. Bauch und deine Hüften. Deine Beine. Füße. Und wenn du so einmal durch deinen Körper gescannt hast, fange an, langsam deinen Atem wahrzunehmen. Ohne ihn zu ändern. Schau einfach. Wie lang atmest du ein? Wie lang atmest du aus? Wie tief atmest du? Höre auf deinen ganz eigenen Rhythmus. Und falls deine Gedanken wandern gehen, dann nehme dies einfach wahr. Bringe sie sanft zurück zu deinem Atem. Und jetzt, lass für einen Moment alles los. Lass deine Gedanken wandern. Sei ganz frei. Lass dir jetzt deinem Atem langsam tiefer werden. Und dann komme ich wieder in deinem Körper an. Tief ein durch die Nase. Aus. Durch den Mund. Und senke langsam den Kinn Richtung Brust. Und hier kannst du anfangen, deine Augen sanft zu öffnen. Lass wieder Licht rein strömen. Tiefe langsam deinen Kopf. Und dann noch einen tiefen Atemzug ein und aus. Vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Ich hoffe, wir sehen uns heute wieder. Namaste. Bis zum nächsten Mal. D蛋. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020